Oh, 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 oh. Ich würde ihn runterlassen. So aufgeregt ihn. Ich hab's hinter dir. Ich mach mich gleich noch mal. Wie oft haben Sie den betutelt? Also jeden Tag so zwei, drei Stunden. Was sagt Ihre Freundin Nützen? Sie ist nebenbei und macht mit. Hier kommt den Europarekord liegen, wenn er schwerer wird als diese 810 Kilo. Also drücken wir die Daumen. Also, wir haben ein Gewicht von... Das Wahnsinn ist halt, wenn der wirklich 20 Kilo am Tag zulegt, kann man wirklich alle zwei, drei Stunden hingehen und da sind wieder drei Zentimeter weiter. Rechts ist wieder drei Zentimeter gewachsen. Fünf Zentimeter höher. Und das ist Wahnsinn, dass man sowas mit seinen eigenen Händen erreichen kann. 150 Tage Pflege und Fürsorge hat dieser Kürbisgigant in Anspruch genommen. Sein Züchter? Ein junger Student aus Pritzwalk, Sebastian Lüders. Die größte Herausforderung ist, dass die Pflanze nicht im Laufe der Saison kaputt geht. Hier zum Beispiel sieht man ganz vorne hoffen kleine Risse. Und vor 30, 40 Tagen haben wir aufgehört zu düngen und zu gießen, weil die Risse immer größer wurden. Und wenn er wirklich 20 Kilo am Tag wächst, dann kann es schon sein, dass der komplett aufreißt und dann ist er halt von drei Tagen vergammelt. Der 23-Jährige hat täglich bis zu drei Stunden Zeit in die Kürbispflege investiert. Schätzungsweise 700 Kilo wiegt der Gigant nun. Mit dem will Sebastian an einer Kürbiswiegemeisterschaft teilnehmen. Es gilt, 672 Kilo vom Vorjahressieger zu schlagen. Sobald der Kürbis Schäden aufweist, wird er aber disqualifiziert. Und es sind noch ganze 48 Stunden, die der Kürbis unbeschadet überstehen muss. Heil ist er verrückt. Aber hohe wie verrückt. Mit Mäusern drangenagten. Die erste Hürde ist überstanden. Der Kürbis ist heil geblieben. Jetzt muss er nur noch durch das zwei Meter hohe Tor des Gewächshauses passen. Und das ist Millimeterarbeit, weil der Stiefvater Ralf Hetzer helfen muss. Das funktioniert schon. Also von der Höhe her, der Kürbis ist 1,10 Meter hoch. Also wenn er jetzt hier drauf liegt, ein bisschen drückt sich das zusammen, vom Kürbis liegt er hier. Und freie Durchwärtshöhe haben wir zwei Meter. Auf dem Hänger würde es funktionieren. Aber wir müssen ihn erst da drauf kriegen. Es ist nicht das erste Mal, dass Sebastian an der Wiegemeisterschaft teilnimmt. Vor fünf Jahren hatte der 23-Jährige seine Leidenschaft für die Kürbiszucht entdeckt und konnte auch seine Freundin Annika Ganslin damit anstecken. Naja, der wächst einem ja schon ans Herz, ne? Also macht einem ja das eigentlich nichts aus. Es macht ja auch Spaß, den nachher wachsen zu sehen und so. Eigentlich haben wir zusammen die Zeit beim Kürbis verbracht, kann man fast sagen. Da wir eh ganz viel in der Gärtenreihe arbeiten, geht man immer mal fünf Minuten hier schauen und was machen. dann kann man eine Pause von der richtigen Arbeit machen. Na, komm mal. Langsam, ganz langsam. Halt, halt, halt. Ja, weiter. Annika, hast du die beiden Räder vor dir? Fahren wir noch ein bisschen? Nee, reicht. Er liegt auf. Dann lassen wir ihn so runter, oder? Der liegt ja fast in der Mitte. Es kann losgehen. Der Kürbis ist sicher auf dem Hänger verladen und verlässt nun seine Mutterpflanze, um ins Freie gebracht zu werden. Wenn wir gerade so passen, er ist 90. Ja, fehlt ja die Palette. Die Palette fehlt doch. Ja, der Zeitplan. Die Palette fehlt. 186. Nee, was hier? Ja, besteht. Da sind noch 14 Zentimeter Platz. 14. Um 8 Uhr morgens soll es losgehen. Dann startet für den Kürbis die Reise von Pritzwalk nach Kleistow. Langsam, ganz langsam. Halt, halt, halt. Ja, weiter. Noch zwei Tage bis zur Wiegemeisterschaft. So lange wird der Kürbis mit Wasser versorgt und mit Decken abgedeckt. Also, ich hoffe wenigstens, dass ich Platz 1, 2 oder 3 belege. Und am wichtigsten ist mir, dass er 700 Kilo hat. Das ist jetzt eigentlich mein Ziel. Alles Weitere ist halt Glück, wie viel die anderen Teilnehmer haben, wie viele Kilos sie mitbringen. Konkurrenz ist auf jeden Fall da und Leistung. 140 Kilometer liegen vor dem Kürbis. Und die muss er nun unbeschadet überstehen. Oh, 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 oh. Ich wollte ihn runterlassen. So aufgeregt. Ich hab's hinter dir. Ich mach mir gleich noch mal runter. Wie oft haben Sie den betutelt? Also jeden Tag so zwei, drei Stunden. Was sagt Ihre Freundin Nützen? Sie ist nebenbei und macht mit. ... und den Europa-Rekord liegen, wenn er schwerer wird als diese 810 Kilo. Also drücken wir die Daumen. Also, wir haben ein Gewicht von... Oh. Es ist soweit. Alles drängt sich in Kleisto. Gegen Mittag stürmen die Besucher das Gelände. Drei Stunden zuvor. Nach 90 Minuten Fahrt kommen Sebastian und Annika mit ihrem orangefarbenen Schatz in Kleisto an. Also, die Fahrt war super. Wir haben schon etlichen Leuten heute früh ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Die Leute haben alle, boah, was ist das denn? Haben sich umgedreht, abgebrenzt, einen halben Umfer gebaut. Also, war schon lustig. Die lange Fahrt hat der Kürbis also überstanden. Nun muss er zum Vermessen erst einmal in die Halle gebracht werden. Oh, 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 oh. Ich würde ihn runterlassen. Ja, lass ihn runter. Ei, 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 ei. Herzrasen. Mit einem kleinen Kratzer hat der Kürbis es nun zu all den anderen geschafft. Die Konkurrenz ist groß. 37 Mitbewerber haben ihre mehrere hundert Kilo schweren Riesen mitgebracht. Äh... 4,96. 4,96. Kommst du mit? Kaffee drin, ja. Sehr schwer, 12 Minuten beschissen hier. 2,88. Alles klar, habe ich. 3,17 Meter. Na ja, okay. Jut, alles klar. Bei der Vermessung ist Jurymitglied Oliver Langheim verantwortlich für die grobe Schätzung des Gewichts. Er entscheidet auch, ob sich der Kürbis durch Risse, Fäulnis oder falsche Zuchtform disqualifiziert. Also, wir haben hier jetzt praktisch, gibt es diese Meterzahl oder diese Zentimeter werden addiert. Und dann gibt es hier eine sogenannte OTT, Over the Top-Tabelle. Und dieser Wert guckt man dann, sagen wir mal, 1.109 ergibt das Gesamte. Dann gucken wir hier drauf, 1.110 werden 810,1 Kilo geschätzt. Das ist Wahnsinn. Dieser Wert ist ja ein theoretischer Wert. Das kann sein, dass der sehr dicke Wände hat, dann geht er über diesen Wert. Und es kann sein, dass die Wände dünner sind, dann ist er unter diesem Wert. Und der Europarekord ist am Samstag aufgestellt worden in Loma. Und da haben wir 834 Kilo, ist im Moment der jetzige Europarekord. Das heißt, 20 Kilo schwerer oder leichter, das ist nichts. Also, er kann auch 40 Kilo schwerer gehen. Es kann sein, dass wir hier erst einmal heute einen neuen Europarekord haben. Mit der Schätzung von 810 Kilo liegt das Gewicht deutlich über Sebastians Erwartung von 700 Kilo. Die Anspannung wird größer. Pünktlich um 14 Uhr wird der erste Kürbis auf die Waage gelegt. Der erste Europarekord? 850, glaube ich, ne? Nein, 835, ne? Das wird eh nicht, das wird eh nicht. Klar. Ups, also ich schlag jemanden. Das hast du mit Hansen heute erledigt. Unter den Züchtern hat es sich rumgesprochen. Sebastians Kürbis ist rekordverdächtig. Hat er den schwersten Kürbis Brandenburgs oder sogar ganz Europas? Die Spannung steigt. Einer der letzten Kürbisse bringt ein erstaunliches Gewicht auf die Waage. 736,5 Kilo. Was hat der Erik, wisst du das? Vierze? 734. 621,5 Kilo. 621,8 Kilo. Das heißt, hatte er aber 30 jetzt. Es wird sehr, sehr knapp. Und mir geht gerade richtig die Muffen. Ich bin froh, wenn er endlich auf die Waage liegt. Ich bin so nervös, ich kann nur im Kreis rennen. Es folgen drei weitere Kürbisse. Alle erreichen ein Gewicht von über 600 Kilo. Bist du jetzt aufgeregt? Ich bin so aufgeregt. Ich hab's hinter mir. Das Pulsmessgerät rein. Das wird explodiert. Wir haben eine Krankenschwester hier. Steh dir bei. Komm, wir nehmen sie jetzt in der Mitte. Und wer bringt mich nach vorne? Seid wir nicht vor? Wir müssen jetzt passen, 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 passen. Sebastians Kürbis ist das letzte und größte Exemplar, das nach vorne geholt wird. Vorne sind aber der hier, der jetzt erhoben wird. Das ist natürlich auch ganz stark gesetzt. Und der Sebastian, bitte mal zu mir auf die Bühne. Er schätzt selber, dass sein Kürbis über 700 Kilo wiegt. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Das ist ein Orschi. Mann, ich würde mir so wünschen, lieber Sebastian, dass Sie recht haben mit Ihrer Schätzung. 700 Kilo plus. Sebastian Lüders könnte Europameister werden. Wie aufgeregt bist du jetzt? Sie merken es ja an meiner Stimme. Ich bin ziemlich zittrig und eigentlich müsste ich gleich auf Toilette. Dann wollen wir uns mal beeilen, dass hier nichts in die Hose geht. Also, wir haben ein Gewicht von 633 Kilo. Oh, das ist sehr schlecht. Trotzdem einen großen Applaus bitte jetzt hier. Aber 600 plus sind doch toll. Ja, super, ja. Trotzdem ein bisschen enttäuscht. Dann noch mal einen Aufrundungsapplaus für Sebastian, bitte. 633 Kilogramm. Nur, damit ist Sebastians Kürbis auf den zweiten Platz gerutscht und liegt 200 Kilo unter dem Europarekord. Enttäuschung, eine große Enttäuschung, weil man so viel Arbeit angesteckt hat. Das ist trotzdem besser als im letzten Jahr. Also Kopf hoch und noch mehr arbeiten und noch große Kürbisse produzieren. Und nächstes Jahr wird wieder angegriffen. Die Wiegemeisterschaft ist aber noch nicht vorbei. Die Züchter hielten noch eine Überraschung für das Publikum bereit. Ein Koloss von einem Kürbis. Das Zuchtexemplar bringt 951 Kilo auf die Waage. Damit bricht Benni Meyer aus der Schweiz sogar den bisherigen Weltrekord. Neuer Weltrekord! 9355 Kilo! Juhu! Weltrekord im Kleistung! Am Ende gibt es für Sebastian und Annika keinen Meistertitel. Trotzdem sind sie stolz auf ihren Kürbis. Also der bleibt jetzt bis zum 2. November hier in der Ausstellung und kann von den Zuschauern begutachtet werden und können sich über die Größe der Kürbisse freuen. Und dann wird er geschlachtet, die Kerne und Fleisch wird an die Zuschauer vergeben. Ganz viele Leute so ein Foto mit ihm machen, weil er einfach schön ist. Er ist vielleicht da jetzt, aber naja, kann man nicht ändern. Bevor sich der große Tag dem Ende neigt, entscheidet die Jury, welcher unter den 38 Züchtern den schönsten Kürbis herangezogen hat. Und auf alle Fälle, lieber Sebastian, das ist der schönste Kürbis, der heute hier ausgestellt gewogen wurde. Und wir gratulieren von ganzem Herzen. Also haben sich die intensive Pflege und die Mühen der Anfahrt für das Züchterpärchen doch noch gelohnt. Untertitelung des ZDF, 2020